Quiitsch. So. Ich frag mich, ob man... Doch, man kann da unten das doch noch öffnen. Na gut. So, jetzt im Moment. Ist nachgeladen? Nö. Nehmen die auch noch mit. So, sehr schön. Na, komm. So. Haben wir so alle ausgeräumt. Okay, dann nehmen wir hier das letzte noch oben. Dann können wir noch mehr Schlüssel sammeln. Ach, wie schön. Gliver. 7000. Fein, fein. Waffe können wir mal wegstecken. So. So, aber ich glaub, viel können wir uns nicht leisten. Wenn überhaupt irgendwas. So, Fitness. Wahrscheinlich nix. Okay, Nahkampfschaden. 180 Prozent. Ja, hat uns grad sehr viel gebracht. Das könnten wir aufwerten. Ähm. Schadensmultiplikator. Genauigkeit. Ich mein, das Ding ist so schon so. Macht richtig Wumms, ja. Also, ist heftig. Ähm. Hm. Reserve. Haben wir alles voll? Also Reserve ist da, mein ich. Bei. Gut. Wäre auch ein bisschen wenig gewesen, ne? Nur Bolzenreserve. Gut. Qualenbolzen haben wir alles. Spritzen auch. Streichhölzer auch. Hm, hm. Zehn Schuss für die Magnum. Ja, aber finden wir überhaupt so viel? Ist eine gute Frage, ne? Schaden nimmt ab. Lassen wir das nur wieder. So. Kampfschaden. Spritzenwirkung. Hm. Kommt, machen wir das mal. So. Mehr ging jetzt nicht, ne? Schaden schützen. Nee, das... Nee, das will ich nicht. Fünf Granaten. Nee. Gut. Speichern wir noch fix. So, dann gucken wir mal, was uns jetzt so erwartet. Ich finde das sehr unschön, ne? So. Ah, ja. Ah, es geht wieder. Sehr schön. Nochmal. Noch mehr Glibber. Nochmal. Noch mehr Glibber. Okay. Oh, so. Okay. Mit der Bombe endet's dann immer. So. Das Schlimme ist, man sieht es kaum, wenn die so auf dem Boden liegt, wo der Pfeil gerade ist. Ähm, das ist ein bisschen gemein. Okay, da haben wir nichts. Moment mal. Ähm. Packen wir da mal die hin. So. Das lassen wir mal da. Ja. Okay. Ein bisschen was könnten wir bauen. So. Herstellen. Herstellen. So. Gut. Wechseln wir mal. So. Hey, hey, hey. Klang so. Ich, äh, sorry, ich muss mich erstmal umgucken. Ah, Streichholzer, ne? Ja. Ein Streichholz. Super. Kommen wir hier rein? Kommen wir? Ich bin wenigstens auch was. Da ist der Raum völlig... Oh. Ein großes Glas mit tausend. Oh ja, nehmen wir gern. Ich sollte vielleicht die Türen nicht ganz so auftreten. Äh, wie sieht's da denn aus? Oh nee, ich ahne Schlimmes. Schlimm Schreckliches. Da ist nämlich Wasser. Und Wasser mag ich hier irgendwie nicht mehr. Können wir kopieren? Wasser ist doof. Hm. Hm. Oh, oh. Oh, Mist. Ich glaub, der Guten sollten wir helfen. Können wir auch snipern? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Oh, das geht auch. Okay, wenigstens zwei sind weg. So. Okay. Ich höre aber hier irgendein Vieh. Mhm. Schaffen wir das? Shit, 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 shit. Komm, hoch hier. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. Hoch hier. Du willst nicht, oder? Sebastian. Komm, komm hoch. Hoch mit dir. Okay, jetzt. Jetzt aber, jetzt aber. Durch da. Komm, schwimm. Schwimm, schwimm. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt aber da rauf. Komm, mach. Oh, geht doch. Der wollte mich doch verarschen, oder? Ach. Drecksvieh. Also, ganz ehrlich. Sebastian. Wirklich. Das Vieh ist grad woanders, ne? Ist grad da hinten hingeschwommen. Dann können wir ja hier rüber. Oh. Oh, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Oh, Gott sei Dank. Uff, da. So. Kidman, halt durch. Hilfe, da sind zu viele. Ja, ja. Oh. So, das könnte doch so ein Drecksack sein. Der uns stört. So. Das Vieh ist wahrscheinlich grad da hinten. Oder? Ja. Schwimmt grad weg. Komm. Schnell, Sebastian. Schnell. Und mach das Licht aus. Hoch mit dir. Boah. Idiot. Weil wir müssen da hinten schnell auf das... ...auto. Hier hängt keine Leiche rum, ne? Puh. Hier, der ist grad... ...schwimmt grad. Eigentlich müssten wir den hier erstmal herlocken, dass er da rüber schwimmen muss. Na? Kommt er her? Kommt ein bisschen her. Ja. So ist gut. So. Jetzt. Komm. Schnell, schnell, schnell. Schnell, hoch mit dir. Hoch. Boah. Drecksviecher. So. Jetzt aber. Schwimm hin. Schwimmst du hin? Schwimmst du nicht hin? Schwimmst du nicht hin? Schwimmst du grad weg? Kommt, dann versuchen wir so. Schnell aufs Auto. Nein, hoch da. Dummkopf. Echt jetzt? Durch da. Durch da. Schnell. Schnell, Sebastian. Schnell. Oh, alter Schwede. Puh. Drecksviecher. Schnell. Wieder hoch. Oh, Mann. So. Momentchen. Wenn da so viele rumlaufen. Ich glaube, das hat gerade super geklappt. Es ist immer noch diese Musik. Oh, Streichhölzer. Lieber. Ja, super. Bringt uns sehr viel. Eine scheiß Flasche. Was? Okay, einer ist da noch. Na, komm her. Komm her. Kommst du da rum? Ach, Drecksack. Tat weh. Oh, das tut mir leid. Der hatte Glitzer in den Augen. Ich habe hier was Rotes gesehen. Das mit den Bomben muss ich echt noch mal üben. Also, so ein Käse. Nicht Munition. Kidman, kannst reinkommen. Alles gut. Kidman, ich bin's. Wenn du nicht gekommen wärst. Mhm. Oh, oh. Spare dir das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Dürfte ich jetzt bitte? Pass auf! Ja. Ja, ja, genau. Ähm. Vollpfosten. Steht da erstmal rum. Und macht nichts. Geht mit. Also, ganz ehrlich. Juhu. Können wir hier raus eigentlich? Ne. Schalung hat er nicht da draußen. Wahrscheinlich nix. Ist hier was für. Hier ist ansonsten auch nix, ne? Wie fies. Ich stehe einfach ne Falle rum. Oh, burn baby. Also in Kisten. Drecksack. Moment, das muss ich anders lösen. Nachladen. Ja, genau. Das Gewehr steht noch da oben. Alles klar. Ah, wie viel Munition hier einfach mal verschwendet. Ist nicht schön. Moment, wir haben eine Spitze. Ah, tut das gut. Ich ahne, schrecklich ist. Aber wenn die so davor steht, will sie da... Vielleicht nicht rein. Hallo? So. Juhu. Okay, die kommt nicht mit rein. Also können wir damit wahrscheinlich nicht fahren. Steht aber auch nur im Weg, die Gute. Mein Mann. So. Okay, ein bisschen Munition haben wir ja wenigstens. Gut. Wenigstens etwas. Da liegt was. Uh. So. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie. Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Aha. Jetzt sind sie fertig. Okay. Sie sagt dazu gar nichts. Ähm. Sehr emotional, die Dame. Oh, Gott sei Dank. Munition. Ist sonst noch irgendwas? Mh. Zu schade. Sieht da was? Sieht nicht so aus, ne? Oder? Ne. Wohl er ja glibber drin liegen könnte. Aber tut's nicht. Schade. Oh. Ähm. Ah, da ist eine Tür. Kidman. 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 Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten? Oder Kopfschmerzen? Hm. Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt. In eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jedem. Mhm. Vielleicht sagst du das auch einfach nur. Okay, die haben nichts für uns. Ich wollte es einfach mal testen. Ist da was drin? Nö. Schade. Da sehe ich was. Juhu. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Okay. Mehr ist hier nicht. Für die Liebe haben wir jetzt eigentlich 7850. Ach ja. Paschen. So. So. Nein, nicht ich. Sebastian, was ist... Gute Frage. Hallo? Hey, doofe Kuh. Mist. Virus? Nee. Shit. Das auf! Das auf! Das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Ein Hoch auf Leslie! Wie oft uns der schon den Arsch gerettet hat? Leslie! Da ist eine Tür, okay. Ansonsten ist hier nichts. Schade. Dich auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017